Ja, einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Karben. Ich werde Sie heute durch unser Webinar führen. Das Thema heute ist Cable Master einfach testen, beziehungsweise einfache Verkabelungen testen. Ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Ich hoffe, das kann man ein bisschen erkennen. Ich werde die Geräte nachher nochmal in die Kamera halten. Wir werden das heute hier aus dem Studio aus München machen. Ich bin aber nicht alleine. Ich werde Sie heute nicht alleine durchs Programm führen. Wie Sie sich herausgestellt haben, haben wir immer wieder parallel Fragen, Verständnisfragen, Nachfragen. Vielleicht haben wir auch mal was vergessen, was uns nicht so wichtig erscheint. Gibt aber wichtig ist. Dann stellen Sie einfach die Fragen. Dafür habe ich den Herrn Huber an meiner Seite. Der Herr Huber wird sich mal kurz selber vorstellen. Vielen Dank. Schönen guten Tag von mir. Mein Name ist Alfred Huber. Ich bin für die Technik hier im Hause zuständig. Ja, ich bin Co-Pilot. Das ist die Luxurgröße-Variante oder auch die Saftschubse hier. Ich werde die Fragen liefern, die Antworten liefern, beziehungsweise verschwinde auch gleich wieder in den Hintergrund. Vielleicht noch ein paar kleinere Housekeeping-Geschichten. Sie sehen auf Ihrem Monitor, links, rechts, oben, unten, irgendwo das Dashboard von GoToWebinar. Da unter dem Punkt Fragen. Wie gesagt, da hacken Sie bitte Ihre Fragen ein, die ich Ihnen gerne beantworten werde. Was noch drin ist im Dashboard ist, ist der Download der Unterlagen. Während des Vortrages stehen die Präsentation und noch ein paar weitere Dokumente zur Verfügung. Das heißt, Sie können sich ja runterladen in dem Moment, damit Sie auch später noch Unterlagen haben, was wir gemacht haben. Dann am Ende der ganzen Geschichte gibt es noch eine Umfrage. Wenn wir das Webinar beendet haben, kommt bei Ihnen noch eine Umfrage ab. Ob noch eine auch grün das bitte aus. Wir würden uns freuen. Nein, das ist so unsere Feedback-Leitung, wie das Ganze gelaufen ist, wo wir auch unsere Inputs rausziehen, was wir verändern müssen, was gut war. Auch Lob schadet dem Moderator nicht. Aber wie gesagt, das kommt am Ende der Geschichte. Sonst fällt mir eigentlich schon nichts mehr ein. Ich gehe wieder in meinen Hintergrund. Ja, genau. Danke, Alfred. Danke für die kurze Einweisung. Ja, Sie sehen rechts links Ihr Dashboard. Da gibt es eine Fragen-Rubrik und die Fragen, die landen dann bei dem Alfred Huber und wir werden sie dann am Ende des Webinars, wenn ich durch bin, mit der Agenda, die wir heute aufgelistet haben, werden wir diese Fragen beantworten. Es wird eine ganz, 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 ganz kurze Einweisung zur Softing geben. Wer sind wir? Was machen wir? Es wird das Thema Gründe für Messungen. Warum haben wir überhaupt Messtechnik? Warum gibt es unsere Softing-IT-Networks überhaupt? Denn wir beschäftigen uns natürlich ausschließlich mit der Entwicklung und der Produktion von solcher Messtechnik. Ja, korrekte IT-Verkabelung als Fundament wird immer wichtiger. Alles wird smarter, alles wird intelligenter, alles spricht nur noch IP. Da gibt es natürlich viele, viele Themen, die man berücksichtigen sollte. Viele Ursachen, Längenmessung, Portsuche, all das, was man mit diesen schönen Geräten hier machen sollte. Natürlich nur mit solchen Geräten hier, aber das werden wir gleich noch sehen, warum das so ist. Ja, wer ist Softing? Gut, Softing ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in H. bei München. Das ist direkt im Süden von München gelegen, gehört eigentlich zu München mit dazu. Wir haben drei große Geschäftsbereiche. Der eine ist Automotive, der andere ist Industrial Automation. Das sind natürlich auch Geschäftsbereiche, die sich prima mit Metzen und Regeln-Technik beschäftigen. Im industriellen Bereich natürlich mit Aufbau von Produktionsmaschinen, im Automotive-Bereich, Auslesegeräte, OBD-Geräte bei Automobilen und so weiter. Wir hier sind hier natürlich die IT-Networks. Wir sind, ja, verglichen mit den anderen beiden Boliden, die kleinste Einheit hier im Standort H. Und wir beschäftigen uns ausschließlich mit der Entwicklung, mit der Produktion und der Vermarktung von Messtechnik für die Kupferqualifizierung, Zertifizierung oder eben auch das einfache Messen in Kupfer- und Glasfaserstrecken. WLAN gehört natürlich auch noch mit dazu. Wichtig vielleicht oder neu ist, wir sind Anbieter des Jahres im Bereich Messtechnik geworden bei der LAN-Line. Also vielen Dank für alle, die für uns gevotet haben in diesem Bereich. Softing IT-Networks bietet Ihnen schnellen Service. Dafür ist der Alfred Huber zuständig. Der sitzt hier, also ein Stück weiter im Studio und beantwortet Ihre Fragen. Der sorgt dafür, dass wir bei der Inspektion, bei der Kalibrierung von unseren Geräten Durchlaufzeiten von 48 Stunden haben. Wir haben einen deutschsprachigen Support, den Sie nicht über eine kostenpflichtige Nummer erreichen, sondern über eine ganz normale 089-Nummer. Da laden Sie hier, denn hier ist das Headquarter, das weltweite Headquarter von der Softing IT-Networks. Hier ist das Training Center, hier sitzen die weltweiten Product Manager, hier sitzt der weltweite Support. Hier sitzen alle und die sind alle deutschsprachig letztendlich. Wir sind ein deutscher Hersteller und natürlich Qualität made oder designed in Germany. Das war uns nochmal wichtig, dass Sie auch so ein bisschen wissen, was sind solche weichen Faktoren, die für eine Softing IT-Network sprechen. Ja, was machen wir? Ich erwähnte schon Messgeräte, einmal für den WLAN-Bereich. Wir werden uns heute primär natürlich hier mit dieser Schiene beschäftigen. Das sind die Verkabelungstester, also die Verifizierer. Das ist heute das Thema. Es gibt noch extra Themen für den Qualifizierer. Ich glaube, das ist dann Ende März, kommt das am 23. März. Und wir haben nochmal spezielle Themen für unsere Zertifizierer. Ja, die High-End-Lösung bei der Abnahme von Verkabelungen im Kupfer- oder LWL-Bereich sind dann eben die Zertifizierer. Der Qualifizierer ist mehr eine Neuerung in diesem Bereich. Natürlich etabliert sich schon seit einigen Jahren als Alternative, ja, Alternative will ich gar nicht sagen, aber als Möglichkeit eben auch Leistungseigenschaften einer Verkabelung zu prüfen. Wir werden das gleich im Webinar noch sehen. Und wir haben auch im WLAN-Bereich einen Sniffer, der mit dem Weihershark zusammenarbeitet. Aber das ist eher so eine Spezialgeschichte. Ich erwähnte schon, unser Headquarter ist hier in München. Hier unten haben Sie unsere Kommunikationsnummern, damit Sie mal sehen, wie sind wir erreichbar über E-Mail. Natürlich lohnt immer, es lohnt immer, jeden Tag einen Blick auf unsere Webseite, weil wir immer wieder was Neues draufbringen, weil wir immer wieder Neuerungen haben. Aktuell, das kommt am Ende des Webinars, haben wir eine neue Glasvater-Promotion, Frühjahrs-Promotion, wie Sie sich bei uns nennen. Da werden Sie auf der Webseite auch entsprechende Informationen bekommen. Und auf der Webseite finden Sie natürlich auch viele Informationen über neue Produkte, Produkterweiterungen, Software-Neuerungen und so weiter und so fort. Aber gut, zeigen wir einfach mal ein einfaches Testen von IT-Verkabelung. Warum muss man überhaupt messen? Es gibt unterschiedliche Gründe zu messen. Es gibt normative Gründe, die in Standards definiert sind. EN 50173, ISO-ECF 801, beziehungsweise die EN 50174, wo der Qualitätsplan definiert wird. Das sind normative Gründe. Wenn ich gegen normative Gründe messen muss oder diese belegen muss, dann komme ich an einem Zertifizierungsmessgerät nicht vorbei. Zertifizierungsmessgeräte fangen so an ab 5.500 Euro im VK, also sind doch preislich sehr hoch angesetzt. Es kann technische Gründe geben. Ist das Verdrahtungsschema richtig aufgelegt? Das heißt, möchte der Installateur vielleicht, wenn er die Dose konfektioniert hat, einfach schon mal testen. Habe ich da alles richtig gemacht? Sind die richtigen Drähtchen am richtigen Pin dran? Das wären dann so technische Gründe. Oder eben auch, muss ich eben sicherstellen, wenn ich einen Access-Point da dran hänge, dass da auch die Gigabit-Daten, die der Access-Point benötigt, um dann eben auch Daten weiterzugeben an die entsprechenden WLAN-Endgeräte, kommen da eben auch Gigabit an. Das heißt, muss ich die Performance irgendwo sicherstellen? Natürlich gibt es auch kommerzielle Gründe. Ich selber bin in meiner freien Berufszeit, hätte ich jetzt fast gesagt, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Netzwerke in Deutschland und das schon seit über 20 Jahren. Und es gibt immer wieder diese Gründe, dass im Prinzip etwas nicht dokumentiert worden ist unter Umständen. Und wenn etwas nicht dokumentiert ist, dann fehlen die klaren Schnittstellen, die klare Übergabe, wann war die Installationsleistung abgeschlossen, wann war Zeitpunkt der Rechnungsstellung und so weiter. Und das sind solche kommerziellen Gründe. Das heißt, natürlich auch die Rechnungsstellung ist ein Beleg dafür, dass etwas abgeschlossen ist. Und das kann ich natürlich auch mit einer entsprechenden Dokumentation, einer Messung belegen, dass eben diese Anlage in Ordnung war. Ja, wie gesagt, diese drei Gründe gibt es und dafür gibt es auch unterschiedliche Messtechnik. Wir bauen diese unterschiedlichen Messtechniken. Auf der einen Seite, noch mal ganz kurz zu den Zertifizierern, grundsätzlich gibt es keine, es gibt keine Norm, die automatisch verpflichtend ist. Es können sich automatisch Verpflichtungen ergeben, aufgrund von Vorgaben, Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel, so 230 Volt Installation, das ist auch in der Norm definiert, da kann sich sowas ergeben, weil wenn man sich nicht daran hält, eventuell Gefahr für Leib und Leben da besteht, wenn man einfach diese Phase und die Neutralleiter einfach so draus hängen sieht und dann sagt, naja, dann nimmst du halt hier so zwei Bananenklemmen oder Krokodilklemmen, Entschuldigung, und steckst da mal deinen Fernseher dran, das ist dann vielleicht nicht so sinnvoll. Aber grundsätzlich müssen Normen separat vertraglich vereinbart werden. Das ist, wenn Sie Ausschreibungen oder viele Ausschreibungen installieren, dann werden Sie da genau das Thema haben, dass Sie eben mit solchen Normierungen konfrontiert sein. Grundsätzlich gilt aber, dass Normen oft Empfehlungen geben oder neben Anforderungen auch Empfehlungen geben. Ich meine, ich bin schon länger auf der Welt, deswegen kenne ich noch diesen Persilmann hier unten, der ein oder andere wird ihn vielleicht auch noch kennen. Das war auch eine Empfehlung, Persil, da weiß man, was man hat, guten Abend. So ähnlich läuft eine Norm, aber wenn eine Norm nicht vertraglich vereinbart worden ist, dann muss man auch keine Zertifizierungsmessung machen, zum Beispiel. Dass Normen wichtig sind, ergibt sich auch aus anderen Gründen, ein Netzwerk, ein Datennetzwerk sollte nicht so aussehen, sondern das sollte so aussehen. Und damit es so aussieht, sind eben entsprechende Vorgaben zu berücksichtigen bei der Installation, während des Betriebes oder wie auch immer. Damit das so aussieht, was dahinter steckt, sieht grundsätzlich mal so aus. Das heißt, wir bauen eigentlich immer Verkabelungsstrecken. Wir nehmen uns Einzelkomponenten wie ein Patchpanel, wie ein Streckenkabel oder eine Datendose und das wird von dem Installateur konfektioniert. Wir haben hier einige Installateure heute im Webinar drin, die kennen das. Das ist ihr tägliches Brot, was sie letztendlich machen. Dann wird das eingebauert, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist das, was fest mit dem Gebäude verbunden wird. Dann das Patchpanel wird in den Verteilerschrank geschraubt, das Streckenkabel wird in die Wand reingelegt. Heute muss es reversibel, also austauschbar, verlegt werden. Und dann kommt die Datendose, die dann im Prinzip in den Kabelkanal oder in die Wand direkt reingeschraubt wird. Damit ich jetzt eine Verbindung bekomme zu meinen Endgeräten, brauche ich noch Patchkabel und dann sieht das Ganze aus wie meine klassische Übertragungsstrecke. Ich habe ein Gerät, das nennt sich Switch oder Router und das geht dann rüber bis zum Endgerät. Das ist mein PC. Das kann aber heute alles Mögliche sein. Das kann Ihre Heizung zu Hause sein. Das kann ein WLAN-Accesspoint sein. Das können irgendwelche Steuerungsmechanismen sein. Und natürlich auch Notebooks, Drucker, Terminal Server oder wie auch immer. Also es kann viele, viele Endgeräte sein. So sehen diese Strecken aus. Und das bringt uns natürlich dazu, dass wir grundsätzlich mal zwei Arten von Strecken haben, die messbar sind. Was kann gemessen werden? Auf der einen Seite einmal das, was fest mit dem Gebäude verbunden ist. Das, was eigentlich nicht mehr angefasst wird. Das ist diese klassische Abnahmemessung, die man da macht. Weil hier beschränkt man sich prinzipiell darauf, dass man nur die Produkte misst oder die Verbindung misst, die auch fest mit dem Gebäude verbunden ist, die also nicht mehr ausgetauscht werden kann. Patchpanel, Streckenkabel, Datendose. Und dann gibt es im Fehlerfall noch die Thematik, dass ich eventuell die gesamte Strecke überprüfen muss. Die gesamte Strecke bedeutet im Prinzip, von diesem Anschluss hier bis zu dem Anschluss da hinten, dass ich das entsprechend messen muss. Das bedeutet, mit den entsprechenden Patch- oder Anschlusskabel, Anschluss- oder Patchkabel, im Prinzip ist es immer das Gleiche. Es ist ein flexibles Kabel, was zur Verbindung von meiner festen Verdrahtung flexibel zu meinem Endgerät oder zu meinem Switch braucht. Das sind grundsätzlich mal diese beiden Unterschiede, was ich messen kann, was ich messen müsste. Ja, und dafür gibt es unterschiedliche Mess- und Testarten. Verifizieren, Qualifizieren, damit beschäftigen wir uns heute. Entschuldigung, Verifizieren, Testen, Prüfen. Das sind die Geräte, die hier vorne liegen. Das werden wir heute machen. Qualifizieren erwähnt ich schon. Und Zertifizieren ist ein anderes Thema. Und es gibt meistens auch bei etwas höherwertigen Verifizierern, wie hier zum Beispiel KM-Mester 600 oder 800 Serie, auch noch die Möglichkeit, aktive Tests zu machen. Da werde ich aber genau drauf eingehen. Alle drei Testszenarien verifizieren, qualifizieren, zertifizieren, haben einen Test immer gemeinsam. Der wird grundsätzlich immer gemacht. Der muss immer gemacht werden. Und das ist der Verdrahtungstest. Dann, wir haben unseren modernen RJ45, modern oder nicht, also unseren RJ45-Stecker, ich weiß, das ist vielleicht schlecht zu sehen, der müsste auch jeder, der im Webinar heute drin ist, kennen, der hat ein gewisses Belegungsschema. Gemäß ISO-ICF 801 oder EN 50173 heißt es, ein Paar auf 1,2, das andere auf 3,6, das andere auf 4,5 und das vierte Paar auf 7,8. Da habe ich. Es gibt noch entsprechende Farbcodes mittlerweile. In der EN 50174 nennt sich das Version 1 und Version 2, beziehungsweise wir kennen das vielleicht als Version A und Version B. Was passiert da? Die Paare 2 und 3 tauschen einfach die Plätze. So, jetzt könnte natürlich die Frage kommen, was ist besser? Steht A für alt und B für besser? Nein, es ist eigentlich nur etwas, was aus der Historie herauskam. Als wir vor 20, 25 Jahren mit dieser ganzen Thematik des LJ45, des Western-Plugs, angefangen haben, gab es wirklich noch Datenkabel, Telefonkabel oder höherwertige Datenkabel, die wirklich noch paarweise optimiert waren, also von Paar zu Paar optimiert waren. Wir haben halt die schlechteste Konstellation. In so einem Paar ist eben auch die Thematik, dass hier 3,6 und 4,5, dass das Paar so übereinander greift. Und da war es wirklich noch wichtig zu wissen, ob ich nach A oder nach B auflege in dem Fall. Heute ist das völlig wurscht. Ich glaube, Sie können auch bei gewissen Komponentenherstellern, wie Telegärtner, Metz, BTR, können Sie auch nur eine A-Version der Dose bestellen oder nur eine B-Version. Manchmal ist es ja ein bisschen verwirrend, wenn alle Farbschema-Taster aufgedruckt werden, dann kann es mal ein bisschen zur Verwirrung führen. Wichtig ist, dass man natürlich, wenn man sich einmal für eine Version entschieden hat, also nach Version A oder nach Version B auflegt, also wenn man eine Dose anfängt damit, dann sollte das im ganzen Gebäude auch nach Version A aufgelegt werden und nicht die Dosen nach Version A und dann mache ich mal ein Patch-Panel-Version B, dann kriege ich so eine Crossover-Thematik da rein. Das wollen wir natürlich nicht. Moderne, aktive Komponenten können das zwar kompensieren, aber letztendlich, wenn ich mich für eine Version entscheide, dann durchgehend im ganzen Haus auch diese Version der Auflegung auf jeden Fall verwenden. Mit dem Verifizierer kann man das machen, auch hier nochmal in der Thematik der Normierung, um da nochmal ganz klar darauf einzugehen. In der Normierung steht ganz darin, dass die Durchgängigkeit der signalführenden Leiter, das sind hier in dem Fall hier unsere Adanpaare, des Schirms, falls vorhanden, geprüft werden soll, ob Kurzschlüsse, Unterbrechungen oder eine klare Durchverbindung da ist. Das können unsere Tester machen, aber auf diese Tester werde ich noch eingehen und man kann natürlich auch noch aktive Komponenten testen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, die korrekte Verkabelung als Fundament. Wichtig ist, dass diese Tester, ob das jetzt hier der kleine ist, für 45 Euro ein Tester oder eben auch die etwas höherwertigen Tester mit dem Farbbildschirm in dem Bereich, die dann eher ab 400 Euro anfangen. Sie machen alle das Gleiche, sie testen, ob ein Kabelbruch, ein Kurzschluss, eine Kreuzung, eine Paarvertauschung, Mischung der Auflegung, Version A oder B oder sogenannte Split Pairs, das ist, wenn man die falschen farbigen Adern mit den falschen weißen Adern zusammenbringt, dort gemacht hat. Und glauben Sie es mir, 90 Prozent, über 90 Prozent der Fehler in der Verkabelung, der Verdrahtungsfehler in der Verkabelung, da sind wir schuld. Wir, die die Dosen konfektionieren, konfektionieren, wir, die das Patch-Peddle konfektionieren. Ich habe letzte Woche das erste Mal wieder einen Kunden dran gehabt. Da war es wirklich so, definitiv wirklich so, und das kommt ganz, ganz selten vor, dass der Trockenbauer seine dämliche Schraube in das Kabel dahinter reingeschraubt hat und wir mehrfache Kurzschlüsse gehabt haben. Der Alfred Huber hat das Ding auch auf dem Tisch gehabt, weil das war wirklich ein Thema, das zu lokalisieren und zu finden. Das kommt eigentlich sehr, sehr selten vor. 90 Prozent sind wir eigentlich schuld, wenn wir in die Dose konfektionieren. Oft ist es so, dass man auch einen Schirrumschluss hat, weil die dünnen Drähte dann noch in die LSA-Plus-Leisten, die man früher oft genutzt hat oder in die Übertragungskabelader mit hineinfließt. Ja, bei einfachen Geräten gibt es keine Dokumentation, das werden wir sehen. Das sind dann hier der 200er oder 500er. Bei den größeren Geräten hat man wieder die Möglichkeit der Dokumentation. Auch das werden wir ganz zum Schluss noch sehen. Einfache Fehleranalyse. Sie haben oft die Möglichkeit der Fehlerlokalisierung durch Längenmessung. Das heißt, Sie sehen, wo die Unterbrechung oder der Kurzschluss ist. Das liegt eher am Längenverfahren. Auch da kommen wir nachher noch zu, dass Sie wissen, wo ist der Fehler. Also wenn ich jetzt mit so einem Gerät hier die Wand reinmessen würde oder hier hinter mir, dann würde mir sagen, der Fehler ist nach 0 Meter. Dann weiß ich, dass der Fehler hier an der Dose ist. Wenn er mir sagen würde, dass nach 20 Metern, dann weiß ich, dass es hinten im Patchpanel ist. Ja, Grundfunktion der aktiven Netzwerktechnik. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit, Tone draufzulegen, sodass man eine Tonverfolgung durchführen kann mit so einem Tonabnehmer. Aber auch das werden wir im Laufe noch sehen. Wichtig dabei ist, wir haben nicht immer so schöne Helligkeitsverhältnisse, sonnige Verhältnisse draußen in München, wie hier, sondern wir bewegen uns unter Tischen in dunklen Verteilerräumen. Und da ist man froh über jedes schöne, helle Farbdisplay oder eben über so ein Backlight. Der Kleine hat das nicht, weil das einfach auch preislich den nochmal nach oben schrauben würde. Wovon wir auf jeden Fall abraten, sind diese billigen China-Dinger. Da sehen Sie im Prinzip nur ein paar LEDs blinken, aber ansonsten passiert da gar nichts. Und wenn Sie mir jetzt sagen, ob die Verkabelung in Ordnung war oder nicht, dann waren Sie richtig gut, dann haben Sie gut aufgepasst. Aber ansonsten sind diese Geräte auch im Dunkeln, wenn die LEDs blinken, kaum zu benutzen. Wenn ich jetzt auf die einzelnen Geräte mal eingehe, da gehe ich auf unseren kleinen Kabelmaster 200 ein. Ein Gerät, was definitiv, ganz, ganz sicher in jede Tasche eines Monteurs, der sich mit Daten-Netzwerk-Technik beschäftigt, gehört. Weil preislich ist das absolut attraktiv, das Gerät. Es zeigt Ihnen an, wie hier zum Beispiel, wenn die Verkabelung in Ordnung ist. Ich habe jetzt hier mal eine Fehlerstrecke simuliert mit einem Kurzschluss und einer Unterbrechung. Und das schaut dann bei dem Gerät entsprechend so aus. Sie drücken auf den Testknopf. Und dann sagt er eben, das ist offen und es ist ein Kurzschluss drauf. Ein 2, die Minuszeichen darunter, bedeutet, ich habe einen Kurzschluss drauf. Die Geräte können die Unterbrechung nicht adernweise aufdröseln, sondern das wird immer paarweise dann angezeigt. Und er sagt mir, dass bei 7 oder 8 eine Unterbrechung ist. So wird das angezeigt. Die Anzeige blinkt auch, sodass ich sehe, dass ich hier einen Fehler drauf habe. Und das Ganze kann man dann noch mit diesem schönen, größeren Gerät machen, mit dem Cable Master 500. Der hat auch ein wesentlich größeres Display in dem Bereich. Hat auch diese Hintergrundbeleuchtung, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Auch hier sehen Sie, da kommt noch dazu, dass der dann auch die Länge messen kann. Also der kann auch Länge messen. Und dieser Pfeil da oben, Sie können vorher einstellen, ob Sie ein 4-paariges, ein 2-paariges, ein Crossover-Cable oder wie auch immer messen wollen. Und dann macht er Ihnen auch eine Pass- oder Fehlbewertung, wenn dann X stehen würde, wenn wir es gleich sehen werden, nämlich, wenn wir wieder unseren Fehler dort reinbauen. Sie sehen, die Anzeige ist ähnlich wie bei dem kleinen Cable Master 200. Auch hier blinkt es und die Unterbrechung ist da. Aber er gibt Ihnen auch automatisch noch eine Bewertung, was natürlich sehr schön ist, sodass ich sofort sehe, ah gut, da ist ein Fehler drin. Und ich würde dann auch sehen, nach welcher Länge zum Beispiel die Unterbrechung in diesem Fall wäre. Bei den Cable Mastern 600 oder 800, die mal vom Grundprinzip her der Verdrahtungsmessung gleich sind, die unterscheiden sich im Prinzip, werden wir nachher noch kurz sehen, mehr in den Funktionalitäten der aktiven Netzwerktechnik. Hier haben wir natürlich ein wunderschönes Farbdisplay, wo wir gleich sehen, welche Adern verbunden sind. Wir sehen gleich die Länge darunter angegeben, ein Pass mit dem Haken und wir sehen auch, dass das mit der Remote-ID 1 gemacht worden ist. Es gibt die Möglichkeit bis zu 8 solcher Remote-IDs. Ich weiß nicht, kann man das sehen, Alfred, kann man das sehen? Ja, man kann das sehen. Bis zu 8 solcher Remote-IDs kann man da anschließen, sodass dann im Prinzip die Verdrahtung getestet werden kann. Aber die ID sich ändert. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn Sie mal ein Patch-Panel bestücken wollen. Dann machen Sie die ersten 8, gehen an die Dosen ran, testen die Dosen nacheinander durch, dann gehen Sie wieder in den Verteilerraum, nehmen die nächsten 8, testen die Dosen und so weiter. Und so kann man sich durchhangeln. Da muss man nicht immer hin und her. Gerade wenn man alleine auf der Baustelle ist, ist das sehr, sehr wertvoll. Auch hier haben wir natürlich ein Fehlerbild eingebaut und sehen dann, was passiert. Hier zeigt er mir auch an, wir haben einen Kurzschluss auf ein 2 und hier eine Unterbrechung auf 7, 8. Und ein großes, fettes, rotes X sagt man natürlich auch, dass wir einen Fehler haben. Das Schöne bei dem Gerät ist, man kann das Ganze auch abspeichern und wie wir nachher sehen werden, auch an eine PC-Software übergeben. Das heißt, man kann dieses Bild hier, was Sie hier sehen, abspeichern und als Dokumentation verwenden. Weil was brauchen Sie mehr, als zu sagen, die Drähte sind dran, die Drähte sind nicht dran und die Länge. Von daher sehen Sie hier zum Beispiel auch, bei 1,2 ist die Länge 0 Meter. Das bedeutet also, dass der Kurzschluss direkt da ist, wo ich das Hauptgerät zum Messen benutzt habe. Man redet nicht über einen Wettbewerb, aber nur mal als Vergleich. So sieht das dann zum Beispiel bei so einem Billigstprodukt aus. Das sieht ja auch alles recht schön aus. Sie können das vielleicht noch ein bisschen nachverfolgen. So, jetzt haben wir mal einen Fehler eingebaut und jetzt sagen Sie mir mal, was für ein Fehler da drin ist. Ja, vielleicht war das zu schnell für den einen oder anderen. Jetzt schauen wir noch mal. Hm, was für ein Fehler ist da drin? Im Prinzip der gleiche, den ich vorher auch schon gemacht habe. Aber Sie sehen, eigentlich sehe ich nur, dass die 5,7 vielleicht nicht da ist oder sowas. Aber ansonsten kann ich nichts erkennen. Nur wenn ich das Gegenstück habe, und das habe ich ja nicht, denn ich muss das Gegenstück ja bei meinem Verteilerschrank anbringen, nur dann sehe ich wirklich, dass da auch ein Kurzschluss drauf ist. Also das ist totaler Blödsinn. Vergessen Sie es. Also selbst wenn Sie sagen, die Dinger kosten nur 12,10 Euro oder sowas, vergessen Sie es. Diese Geräte sind absolut nicht empfehlenswert im Feld. Sie können nichts damit anfangen. Das ist totaler Blödsinn. Das ist Spielzeug für zu Hause vielleicht, aber das ist sicherlich nicht etwas für den professionellen Einsatz. Also ganz, ganz schnell, ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Gehen wir gleich weiter. Was macht jetzt so ein Gerät? Wie gesagt, es gibt hier unterschiedlichen IDs, mit denen Sie messen können. Hier die Vierer. Der Verdrahtungsplan wird gemessen. Es wird eine Längenmessung, eine TDR-Längenmessung, wo der Unterschied zwischen der TDR-Längenmessung und einer kapazitiven Längenmessung ist, kommen wir gleich noch zu. Ein wichtiger Punkt. Längenmessung TDR, das wird alles angezeigt bei so einer Verkabelung. Sie haben noch die Möglichkeit auch zu schauen, wenn Sie zum Beispiel an eine Fritzbox oder an eine Speedport oder an irgendeinen Switch rangehen. Wenn Sie also in ein Gewerk kommen, wo die aktive Technik-Thematik schon dran ist, können Sie auch mal testen, welche Link-Möglichkeiten habe ich, mit was kann er sich verbinden, mit 100 Megabit, 1000 Megabit, mit was bin ich verbunden. Und auch die PoE-Thematik ist ein wichtiger Faktor, der von diesen größeren Geräten eben dann auch angezeigt wird. Wie sieht das jetzt aus? Sie sehen, was Sie dem Gerät, natürlich, wenn Sie so ein farbiges Bild haben, vorher sagen müssen, das können Sie in den Setups einstellen, ob Sie nach A oder B messen, weil sonst sind Sie natürlich immer verwirrt und denken sich immer, Mensch, der sagt mir doch, der Grüne hat einen Kurzschluss, dabei ist jetzt immer der Orange, was ist denn da los? Kann sein, dass das Verdrahtungsschema im Setup vielleicht mal falsch eingestellt wird, sollte man richtig einstellen, damit man da auch entsprechend die richtige grafische, farblich aufbereitete Auswertung hat. Kabel-Test okay, Kabel-Test Fehler, so sehen eben Fehlerbilder aus in dem Bereich. Hier ist noch ein bisschen heftigerer Kurzschluss, weil hier haben wir mehrere Kurzschlüsse drin. So sieht es oft aus, wenn sich so ein Schirmdraht irgendwie mit reinverwurschtelt hat bei der Konfektionierung. Dann haben Sie oft, dass der Schirm mit mehreren Kontakten oder mit mehreren Paaren irgendwo kurzgeschlossen ist und dann kann sowas auch mal passieren. Das ist natürlich ein wildes Fehlerbild, haben wir aber alle schon gehabt und alle schon gesehen und muss dann natürlich auch gefunden werden und dafür sind diese Geräte natürlich auch gut. Die Geräte sind natürlich nicht nur gut dafür, zu schauen, ob die Verkabelung in Ordnung ist, sondern natürlich auch für eine erste Fehlersuche, für ein erstes Abchecken, ob meine Verkabelung wirklich das Fundament ist oder die Thematik hat, meine Daten auch gesichert zu übertragen. Und vier Paare sind ja wichtig heutzutage, seitdem wir Gigabit-Übertragung haben, müssen wir diese vier Paare nutzen oder nutzen wir diese vier Paare auch bei 10 Gigabit-Übertragung. Eine Ausnahme wird demnächst mal kommen, im industriellen Sektor, das ist dieses Single-Pair-Ethernet, da brauche ich nur ein Paar, aber so weit sind wir noch nicht, das kommt erst noch und dann werden wir auch entsprechende Messtechnik zur Verfügung stellen. Für Sie hier bei den Unterlagen, die Sie ja auch im Dashboard rechts runterladen können und vergessen Sie sich nicht runterzuladen, wir haben schon einige Webinare gehabt, wo nachfällt derjenige, kam, uh, ich habe es ganz vergessen, Ihr Vortrag war so spannend, jetzt habe ich vergessen runterzuladen, können Sie es mal nochmal schicken, machen wir natürlich. Klar, wenn Sie es vergessen jetzt, dann schicken wir Ihnen natürlich diese Präsentation auch nochmal nach, aber ansonsten haben Sie die Möglichkeit, das runterzuladen und da haben Sie auch dieses Fehlerbild. Wir haben natürlich das Thema, dass wir früher, heute gibt es diese Produkte ja auch noch, eher bei LSA-Plus-Leisten Fehler eingebaut haben, das war sicherlich häufiger der Fall, gerade auch bei diesen Dosen hier, dass man da auch öfter mal Fehler einbauen konnte, heute mit modernen Keystone-Systemen, die wir da nutzen, wo die Drahtführung sehr, sehr eng ist, ja, da kann man schon viele, viele Fehler ausschließen, gerade auch viele hochfrequente Fehler ausschließen, was man nie ausschließen kann, auch mit neuen Systemen, haben wir selber auch feststellen müssen, weil wir ein paar Lehrlinge mal ein paar Strecken haben konfektionieren lassen, dass da auch die wildesten Fehler auftreten können. Wenn man das mal sieht hier, da ist natürlich schon das Thema, tja, was ist denn jetzt hier A und was ist B, man kann es vielleicht noch so leicht erkennen, wenn, also solche Bedruckungen von LSA-Plus-Leisten oder Dosen hintergründen, ich sage mal, nach der 10. oder nach der 20. Dose, da hat man das wahrscheinlich schon so im Griff, aber bei den ersten 10 Dosen, da müssen wir wahrscheinlich siebenmal hingucken, damit sie das auch richtig auflegen, weil das sorgt natürlich auch diese A-B-Mischung und dass man alles da auf diese Dose hinten drauf drucken wollte, sorgt natürlich ein bisschen für Verwirrung und kann natürlich auch für Fehlerbilder dann sorgen, wie zum Beispiel A-B-Vertauschung in dem Bereich. Von der Längenmessung her, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich bin da vor einer Folie darauf eingegangen, dass hier der Kabelmaster 600, 800 ja eine TDR-Messung haben, der Kabelmaster 500 macht auch eine Längenmessung, aber kapazitiv. Das heißt, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Länge eines Kabels oder eines Drahtes im Kabel oder eines A-B-Pares im Kabel zu bestimmen. Das ist einmal die Reflexionsmethodik und einmal die kapazitive Messmethodik. Das sind zwei unterschiedliche Messmethodiken. Es gibt unter Umständen mal ein bisschen Genauigkeitsvorteile bei der kapazitiven Methodik. Wenn die Strecken kürzer sind, ist kapazitiv etwas genauer. Wenn die Strecken länger werden, Entschuldigung, umgekehrt, wenn die Strecken kürzer sind, ist die TDR-Methodik etwas genauer. Wenn die Strecken länger werden, kann die kapazitive Methodik etwas besser sein. Es gibt aber auch einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen diesen beiden Methoden. Ups, Entschuldigung, das war zu schnell. Die TDR-Methodik, da muss der richtige NVP-Wert eingegeben werden, um die Länge eben zu definieren. Grundsätzlich gilt immer, wenn Sie hier die Länge gesehen haben, und da muss ich, war ich da nochmal, werden wir nachher nochmal sehen, Sie haben diese Meterangaben gesehen im Display, dann gilt immer, dass das kürzeste Adernpaar wird als Länge des Kabels definiert. So ist es zumindest normativ mal festgelegt worden. Kabel haben unterschiedliche Schlaglängen, das kann zu unterschiedlichen Längenangaben führen. Sie haben das vielleicht vorhin schon bei den Displays gesehen, dass da auch mal Abweichungen von 30, 40 Zentimetern eventuell bei längeren Strecken auch mehr passieren kann. Das kommt natürlich auch A durch diese unterschiedlichen Paarlängen. Bei der TDR-Methodik brauchen Sie den sogenannten NVP-Faktor. Das ist der sogenannte Verkürzungswert, in Anführungszeichen. Der muss richtig eingestellt werden, damit die richtige Länge auch ermittelt werden kann. Bei der kapazitiven Methode müssen Sie Pico-Farad pro Meter angeben. Wir kommen jetzt noch dazu. Normalerweise sieht das so aus, Sie haben auch die Datenblättern unserer Kabelhersteller, ich weiß, ich habe sicherlich Kabelhersteller vergessen, ich habe jetzt nur mal die, die mir so besonders im Kopf waren, Draka, Leoni, Kerpen, Deadwiller, da drin, die geben in ihren Datenblättern grundsätzlich immer einen sogenannten NVP-Wert an, aber sie geben auch grundsätzlich immer einen kapazitiven Wert an, also dieses Pico-Farad pro Meter. Diese Werte sind natürlich wichtig, weil unsere Messgeräte ohne einen korrekt eingestellten Wert, wird Ihnen dieses Gerät auch nie die korrekte Länge zeigen können oder auch nie die korrekte Länge bis zur Fehlerstelle zeigen können. Was ist das, hat das jetzt auf sich mit dem TDR? Denn eine TDR-Messmethodik hat einen weiteren Vorteil gegenüber einer kapazitiven Messmethodik, und zwar kann man auch die Länge bis zum Kurzschluss damit ermitteln. Das liegt einfach an dem Messaufbau, an der Messmimik, die da benutzt wird. Wir schicken ein Signal rein und dieses Signal wird dann hinten zurückreflektiert und bei einem Kurzschluss wird eben die Phase gedreht und deswegen kann er eben auch sehen, wo der Kurzschluss genau ist, weil es wird einfach nur die Zeit gemessen. Sie sehen hier, es wird ein Signal reingeschickt mit fast 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also 300 Millionen Meter pro Sekunde Lichtgeschwindigkeit. Wir stoppen die Laufzeit, nehmen den NVP dazu, also 80% mal 0,8 mal Lichtgeschwindigkeit, teilen das Ganze durch zwei und schon haben wir die Länge der Strecke oder eben die Länge bis zum Ende, also wo die Unterbrechung ist, wo das Kabel offen ist, oder die Länge bis zum Kurzschluss. Das kann das TDR, also es kann Länge über die gesamte Strecke messen, Länge bis zur Unterbrechung und Länge bis zum Kurzschluss. Bei der kapazitiven Messmethodik, die etwas kostengünstiger ist, deswegen ist sie auch in unserem günstigeren Cable Master 500 Gerät verbaut, es ist so, dass dort eine Kapazitäts gemessen wird, das können Sie im Prinzip auch mit Ohm-Meter machen oder mit einem kapazitiven Messgerät machen, da wird die Gesamtkapazität der Strecke gemessen und dann wird eben die Pico-Farad pro Meter dagegen gestellt und wenn ich jetzt 42 Pico-Farad pro Meter habe und 420 Pico-Farad an Kapazität auf der Strecke gemessen, dann weiß ich, dass die Strecke 10 Meter ist, beziehungsweise bis das offene Ende kommt, eben 10 Meter ist. Beim Kurzschluss ist es so, bei der kapazitiven Messung, da ist der kapazitive Wert 0 Pico-Farad, 0, der ist immer 0, weil es ist ein Kurzschluss, wir haben keine Kapazität mehr dazwischen, es ist 0 Pico-Farad, deswegen kann ich einfach nicht auflösen, wo dieser Kurzschluss ist, das sind die beiden großen Unterschiede dieser Messmethodiken, sie sind völlig gleichberechtigt, die eine ist ein bisschen günstiger als die andere, deswegen wird sie in dem einen Messgerät verwendet, Genauigkeitsthemen spielen auch noch so ein bisschen mit da rein, von daher haben wir also diese unterschiedlichen Messmethodiken, nur damit Sie mal wissen, warum muss ich einmal Pico-Farad eingeben und einmal den NVP-Faktor eingeben. Wenn wir diesen NVP-Faktor zum Beispiel nicht haben, dann ist es auch ganz einfach, die kann man nämlich auch mit so etwas hier ermitteln, das ist ganz einfach, Sie nehmen eine Kabeltrommel mindestens 30 Meter, nicht länger wie 50 Meter würde ich sagen, optimal so 40 Meter, dann wissen Sie ja wie lang das Kabel ist und dann können Sie im Prinzip mit dem NVP-Faktor, also mit diesen Pfeilen, dort so lange spielen, bis Sie die richtige Länge angezeigt bekommen und dann wissen Sie auch, dass der NVP-Faktor zum Beispiel bei dem Kabel 75 Prozent beträgt. Also Sie können auch, wenn Sie mal nicht wissen, was für ein NVP-Faktor dieses Kabel hat, können Sie es ermitteln, indem Sie sich eine gezielte Strecke, aber bitte nehmen Sie nicht zu kurz und bitte nehmen Sie nicht zu lang. Wir hatten letztens jemand, der hat 380 Meter genommen, nein, da kommt nichts gescheites bei raus. 30 Meter, 40 Meter werden optimal, dann funktioniert es auch, um den NVP entsprechend zu ermitteln. Was auch alle Geräte drin haben, ich erwähnte schon, es gibt diese Tonabnahmemöglichkeit, ich hoffe, Ihr Trommelfeld ist noch da, Sie können hier auch bei allen Geräten, bei allen unseren Geräten hier, die hier vorne sind, Kabelmaster 200, Kabelmaster 500, Kabelmaster 600 oder 800, einen Ton auf die Leitung legen und diesen Ton können Sie dann im Prinzip mit diesem Gerät, mit so einem Tonabnehmer abnehmen. Wie sieht das Ganze dann aus, ist es ganz einfach, Sie stecken im Prinzip eines unserer Geräte an die Dose dran oder wie auch immer und dann spielen Sie einen Ton ein und momentan hören Sie gar nichts, warum hören Sie gar nichts, ich hoffe, ihr hört was, da sollte jetzt ein Ton kommen und da, wo der Ton am lautesten ist, sorry, da würde das Gerät dann stehen bleiben, also man geht so vorbei und da, wo es am lautesten ist, da ist dann, ja, Hirn drin, hätte ich jetzt fast gesagt, da ist dann natürlich der Draht drin oder da ist der Ton draufgelegt. Das ist eine Methodik, wenn Sie in ein Gewerk kommen und das kommen wir ja häufiger, wo man nicht, wo keine Beschriftung ist, keine Dokumentation da ist, Sie sehen das hier gerade auch bei mir hier, in meiner Präsentation, da steht nichts dran, da steht nicht Dose 1 oder Raum 7, Dose 1 oder wie auch, hier steht auch nichts dran, das finden wir ganz, 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 häufig, Sie kommen in ein Büro hinein und wissen gar nicht, wo landet denn die Dose, dann haben Sie die Möglichkeit eben mit dieser Tonmethodik auch den Port zu finden. Es gibt aber auch eine noch andere Möglichkeit, neben der Tonmöglichkeit gibt es die sogenannten Remote Identifier, Sie sehen das hier mal, so ein 24er Pack, das sind so kleine RJ45 Stecker, die Sie dann in das entsprechende Panel einstecken können, also wie gesagt, es gibt bis zu 24 Stück in dem Bereich, so eine 5er Serie ist zum Beispiel standardmäßig beim Cable Master 200 mit drin, also bei unserem kleinen 200er ist das standardmäßig mit drin und wenn Sie dann auf den Testknopf drücken, dann sehen Sie hier, die ID ist 24, hier ist die ID 5, hier ist die ID 20 zum Beispiel, ich hoffe, das kann man noch erkennen, also hier können Sie feststellen, auf welchem Port bin wunderschöne Möglichkeit, gerade wenn Sie frisch irgendwo reinkommen, das ganze Patchpanel noch nicht bestückt ist, dann nehmen Sie so ein 24er Teilchen, nehmen unseren schönen Cable Master 500, weil der schafft die 24, der kleine, der kann nur 5 insgesamt und gehen dann an Dose an Dose und können dann eine Bestandsaufnahme, eine Dokumentation bei dem Ganzen erstellen. Wenn Sie ID's gehen, die hier beim kleinen zum Beispiel mit eingebaut ist oder auch beim 500er ist die ID 1 mit drin im Gerät verstöpselt, also das sieht man so raus und dann hat man hier die ID 1 und dann können Sie allerdings noch sieben ID's dazukaufen, also die ID's zwei bis acht, die würden Ihnen dann auch sagen, auf welcher ID, also auf welcher Nummer Sie gerade drauf sind und zusätzlich würden diese schwarzen Geräte eben auch zeigen, wie die Verdrahtung ist, also ob die Verdrahtung einwandfrei ist oder eben nicht. Das ist der Unterschied, so kann man Ports suchen und das ist etwas, was man ja sehr häufig hat, dass man irgendwo hinkommt und gar nicht weiß, wo landet jetzt die Dose, wo muss ich dahin, wo kann der Fehler noch sein. Was wir noch haben, ist das sogenannte Link Blinking oder Link Light. Hier geht es eigentlich eher darum, wenn Sie schon in der aktiven Komponente unterwegs sind. Das bedeutet, Sie haben also einen Switch, der flimmert sehr, sehr stark. Ich hoffe, das kommt jetzt auch beim Bild entsprechend rüber. Da blinkt er sehr, sehr langsam. Bei mir flächeln die ganz, ganz schnell. Also normalerweise sind ja diese Lampen bei so einem Switch, die blinken sehr, sehr schnell. Und jetzt könnte ich im Prinzip meine Geräte dort einstellen und dann habe ich die Möglichkeit, einen Port ganz langsam blinken zu lassen. Und so könnte ich dann einen Port bei einem Switch oder bei einem Router finden. Ich habe jetzt hier nochmal einen kleinen Netgear-Switch mit 8 Ports, aber Sie haben natürlich 24er Ports. Wir nutzen hier im Unternehmen auch 48er Ports. Da ist es schon mal gut zu wissen, wo landet dieser aktive Port eigentlich? Wo geht das hin? Und da kann ich wunderbar meinen Cable Master 600 oder 800 beziehungsweise die 500 dafür nehmen, um so ein Port zu finden. Sie können hier beim Cable Master 600 und 800 auch die Blinkzahl, also die Blinkzahl können Sie auch erhöhen oder verlangsamen. Also Sie haben hier auch die Möglichkeit, die Blinking Zahl, also das Blinken dieser Portlampen, dieser aktiven Portlampen, dieser aktiven Switchlampen, zu variieren. Eine sehr schöne Sache, um Ports zu finden, auch wir haben das letztens, nachdem wir unser Netzwerk komplett restrukturieren mussten, genutzt, weil manchmal war es wirklich nicht ersichtlich, wo diese Dose, auf welchem Switchport sie landet und dann sind diese Funktionen sehr, 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 sehr sinnvoll. Was gibt es natürlich noch? Natürlich können Sie gerade mit den großen Geräten, mit dem 600er und 800er, können Sie sich auch an den Switch ranhängen und bekommen dann natürlich auch die aktiven Informationen, also die Informationen über die Linkgeschwindigkeit, über das Übertragungsverfahren Full- oder Halbduplex und natürlich, wenn es ein PoE-Switch wäre, das ist dieser Netgear da oben nicht, deswegen ist das ein bisschen gefaked, die Bilder darunter, aber wenn es ein PoE-Switch wäre, dann würde ihn auch PoE nennen und zwar bis zu PoE-Plus kann dieses Gerät auflösen und damit Sie mal wissen, was ich damit meine mit PoE-Plus, ist hier so eine kleine Tabelle im Normalfall angefangen haben nochmal so mit 12 bis 13 Watt bei den Geräten mittlerweile geht es bis 25, teilweise 30 Watt hoch und wir reden bei neuen Geräten, unser Qualifizierer zum Beispiel, der macht das sogenannte oder salopp genannte PoE-Plus, das sind dann 90 Watt, das kann der KB Master 600 und 800 macht das noch nicht, ist auch noch nicht so verbreitet, das ganze High-Power PoE wird sich in den nächsten Jahren erst noch etablieren in dem Bereich. Ja, natürlich kann ich beim KB Master 800, das ist der Unterschied zwischen 600 und 800, weil visuell sehen Sie im Prinzip keine Unterschiede, visuell sind die komplett gleich, wenn ich die jetzt vertausche, wie der Italiener, der die Perlen da irgendwo unter den Bechern versteckt, dann werden Sie nicht mehr wissen, was ist der 600er oder der 800er, der 800er hat noch viel mehr Möglichkeiten, aktive Netzwerke zu testen, zu überprüfen und zu checken, von daher hat er noch erweiterte Netzwerktest, wie zum Beispiel Ping-Test oder wie auch immer, also da können Sie noch ein paar mehr aktive Netzwerktests machen. Um das noch mal klar zu machen, das ist die Serie, die Kibbelmaster-Serie, die den Verdrahtungstest machen, hier geht es nicht darum, Performance-Test einer Verdrahtung zu machen, dazu müssen Sie mit einem Qualifizierer arbeiten oder eben normierungstechnisch, wenn Sie gegen Normen messen müssen, verpflichtet sind dazu, dann brauchen Sie einen Zertifizierer. Hier geht es darum, einen Grundtest der Verkabelung zu machen und da ist die Kibbelmaster-Serie mit ihren, ich sage jetzt mal, 50 Euro, 200 Euro, 400, 600 Euro Modellen sicherlich eine sehr, 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 sehr attraktive Alternative, um das gründlich und gut zu testen. Der Unterschied übrigens, falls es jemanden interessiert, wir haben immer noch den 600er oder 650 oder den 800er und 850, das sind prinzipiell absolut die gleichen Geräte, das heißt, der 600er und 800er, ich muss hier mal so rüber, ist die Einheit hier und ein paar Zubehörteilchen dazu und bei dem 50, also immer wenn die 50 dahinter ist, dann erhöhen wir einfach das Zubehör in dem Bereich. Da sind dann eben diese acht Remote-Einheiten drin, die ich gezeigt habe, da sind dann auch entsprechende Anschlusskabel, neun Anschlusskabel dabei, 45 Anschlusskabel, da ist diese Cable-Tracker-Probe dabei, also im Prinzip unterscheiden sich der 600er und 650er nur vom Zubehör, das gleiche gilt für den 800er und 850er. Beim Cable Master 500er und 550er ist es ähnlich gelagert, auch hier ist der Unterschied im Prinzip von der 50er nur die Anzahl oder das Zubehör, da ist eine Tasche mit dabei, da sind einige Remote-Identifikaturen dabei und so weiter, also im Prinzip ist der Preisunterschied dann nur darum begründet, dass es sich um mehr Zubehör handelt, was sie beim 550er bekommen, anstatt nur das reine Gerät mit den entsprechenden Funktionalitäten beim 500er. Ich erwähnte es schon, bei dem Cable Master 600 und 800 ist auch eine PC-Software dabei, das heißt, sie haben die Möglichkeit, Messergebnisse zu speichern, also alles, was sie hier messen, können sie mit einem Speicherdruck abspeichern und einem gewissen Namen, einer gewissen Bezeichnung abspeichern und dann haben sie die Möglichkeit, diese abgespeicherten Daten wieder mit dieser PC-Software auszulesen und auch auszudrucken oder als Bild zu übertragen. Letztendlich, wir reden hier nicht von einem Protokoll, einer Dokumentation, so wie Sie es vielleicht sich wünschen würden, die der Vierseite vollgeschrieben mit Grafiken und sonstigen, nein, sondern hier geht es darum, dass das Bild, was dort gemacht wurde und das hat ja alle Informationen, zeigt es in einem Bild, einfach mit übertragen wird und auf einer DIN A4-Seite die verschiedenen Links dann dort untereinander aufgeführt werden. Damit wäre ich, was die Technik betrifft, unsere Cable Master Serie am Ende. Ich möchte natürlich noch die Gelegenheit nutzen, noch kurz auf unsere neue Promo-Aktion hinzuweisen, die Glasfaserwelt, unsere Frühjahrsaktion, Sie sehen hier oben die Webseite, die dort ist, unter itnetworks.softing.com finden Sie unter dem Bereich LWL-Aktion unsere neue Glasfaser-Frühjahrsaktion. Wir haben hier sehr, sehr attraktive preisliche Gestaltungen für Sie drin, die Reseller, falls ein Partner von uns da drin ist, die sind schon darüber informiert. Sie als Endkunde können sich natürlich entweder bei Ihrem Großhändler, bei Ihrem Reseller oder wie auch immer informieren oder eben auch bei uns direkt. Äußerst attraktive Preise, die Ihnen das Frühjahr nochmal etwas versüßen sollen und auch den Weg in die Lichtwellenleiter-Technologie ein bisschen vereinfachen sollen in dem Bereich. Ich möchte auch nochmal auf unsere Webinar-Reihe hinweisen. Sie haben sich heute angemeldet. Sie können auch die schon vergangenen Webinare, die sind hier mit einem grünen Haken versehen, jederzeit sich als Video auf unserer Webseite anschauen. Wenn Sie CU-Einführung verpasst haben oder LWL-Einführung, dann schauen Sie sich einfach die Videos an. Wenn Fragen sind, rufen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit natürlich für Sie da. Heute haben wir jetzt Cable Master Einfaches Testen. Schön, dass Sie dabei waren auf jeden Fall. Es kommen noch ein paar andere Webinare. Nächste Woche ist aktive Netzwerke für Anfänger. Ping und Traceroute kommt noch dazu. Also Sie sehen, es geht noch bis zum 23.03. und ich gehe nicht davon aus, dass uns dann die Ideen für Webinare ausgegangen sind, sondern ich gehe davon aus, dass wir dann irgendwann Richtung Sommer wieder mit einer neuen Webinar-Serie starten. Das soll es von meiner Seite her gewesen sein. Es waren 50 Minuten geballte Informationen. Ich weiß, ich hoffe, wir haben einiges rüberbringen können. Ich befürchte allerdings auch, nein, befürchte nicht, aber ich denke mir, dass der Alfred Huber ein paar Fragen hat, die sich da gestellt haben, oder? Übrigens hier fällt mir gerade so auf, eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte es geändert, da kommt noch Punkt kommt da hinten. Ich habe mich da irgendwie vorgedrängelt in das Kommen. Ich bin da ein bisschen reingerutscht. Ja, okay, einfach kommunizieren. Ja, es hat sich einige Fragen gegeben, interessanterweise, ich gucke auf den Rechner jeden Fall, hast du die weißen Fragen, die zwei Sekunden später auch beantwortet. Aber wir können es gerne noch mal wiederholen. Das erste Thema, was ganz wichtig ist, mit den Präsentationen auf PDF, wie gesagt, stehen PDF-Downloads in dem Dashboard, je nachdem, wo es bei Ihnen gerade parkt, während des Vortrags zur Verfügung. Das ist Anreiz und Belohnung für die, die dabei waren, die können sich diese Präsentationen hier eben aus dem Speicher holen. Dann technische Fragen waren auch einige, ich gucke mal noch mal schnell, ja, welche POE-Standards unterstützen die Cable Master, hast du da auch kurz später erklärt. Ja. Also die kleineren Gerätschaften hier, die man sieht, machen alle rauf bis zu AT, also bis zu 30 Watt, dann kommt ein paar Quelle, das können die, ansonsten müssen wir hochgehen zum Qualifizierer, der heute nicht das Thema war, der macht auch schon WT, also wirklich bis zu 90 Watt hoch. Dann grundsätzliche Frage, muss man Vertrahtungstester kalibrieren? Oh, nein, die sind nicht kalibrierungswürdig, hätte ich erst was gesagt. Nein, kalibrieren müssen wir Zertifizierer, weil wir hier auch normierte Messungen haben, weil wir hier auch ganz klar als Hersteller verpflichtet sind, gewisse Genauigkeitsklassen einzuhalten. Eine Kalibrierung hier macht auch keinen Sinn, wir haben ja keine HF-Messländer drin, das sind doch meistens NF-Messsender, weil wir ja gerade mal die Länge messen mit einem Impuls, also von daher macht es auch keinen Sinn, solche Geräte zu kalibrieren. Jo, wunderbar, danke für die Antwort. Eine Frage war, du hast eine Folie, wo du immer die Wand dazwischen drin hast, zwischen dem Händel und der Dose, wie sie in der Natur ist, kann man natürlich sofort die Frage, kann man das Kabel auch in der Wand aufspüren? Nein, nein, das wird schwierig, da müssen wir in Amerika sein, weil da ist es so, dass man natürlich oft ungeschirmte Kabel nutzt, da könnte die Möglichkeit bestehen, das auch in der Wand zu verfolgen, aber bei unseren hochgeschirmten Kabeln werden sie in der Wand das Kabel so hier nicht verfolgen können, das wird nicht funktionieren, also sie können da links gehen, da wird nichts zu hören sein in dem Fall, aber am Port dann selber, da wo der Auslass ist, da wird dann wieder was zu hören sein, von daher, nein, also eine Kabelverfolgung in der Wand, nein, das geht nicht. Okay, letzte Frage, hast du auch im Nachhinein schon beantwortet, zwei Sekunden später, nee, kann man mit so kleinen Geräten auch die Fehler lokalisieren, wo er ist, auf welcher Seite der Fehler ist und so weiter, kannst du gerne nochmal deine Antwort wiederholen, denke ich mal. Ganz klar, mit den beiden Großgeräten 600 und 800 kann ich Kurzschlüsse und Unterbrechungen sehr, sehr gut lokalisieren, weil es mir zeigt, wie weit entfernt ist die Unterbrechung oder der Kurzschluss von dem Gerät hier in Metern ausgedrückt und wie ich schon erwähnt hatte, 90 Prozent der Fehler passieren in der Dose oder im Patchpanel, also im Prinzip gibt es nur, entweder der Fehler nicht direkt vor mir oder er ist im Patchpanel auf der anderen Seite, der Kabelmaster 500 allerdings, der wird ihm dann immer nur den Fehler zeigen, wo der ist, bis zur Unterbrechung. Einen Kurzschluss kann der nicht auflösen, die Fehlerstelle. Wunderbar, das war es von der Fragenseite her, dann würde ich sagen, magische Schlussworte. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, danke Alfred für die Fragestellung, wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche, bleiben Sie gesund, bleiben Sie negativ sozusagen, hätte ich jetzt fast gesagt, ist ja das neue Positiv, würde mir wünschen, wenn Sie natürlich auch weiterhin uns treu bleiben und unsere Webinare weiterhin verfolgen. Es geht ja spannend weiter die nächsten Tage und Wochen. Bis dahin, einen schönen Tag noch, schöne Restwoche und bis demnächst. und bis demnächst. und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.